Willkommen zur Rechtsprechung in 200 Sekunden. Der B hat bei dem A Marihuana gekauft, bezahlt aber nicht. Deshalb begibt der A sich in das Zimmer des B, verlangt das Geld heraus, obwohl er weiß keinen Anspruch darauf zu haben, schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht und sprüht sogar Pfefferspray in die Richtung des B ohne ihn zu treffen. Dann steckt er die Dose wieder ein. Das nutzt der B, um aus dem Zimmer zu entkommen und er schließt den A darin ein. Nun beschließt der A, aus dem Fenster zu fliehen. Zuvor hat er aber einen spontanen Entschluss, nämlich den Laptop, der auf dem Tisch steht und dem B gehört, mitzunehmen. So dann springt er aus dem Fenster, setzt sich ins Auto und fährt davon. Die Frage der Strafbarkeit führt uns zu einem Versuch einer schweren räuberischen Erpressung. Der Tatentschluss liegt mit Blick auf die objektiven Tatbestandsmerkmale vor. Zugleich haben wir eine Qualifikation nach 250 Absatz 2 Nummer 1. Man könnte sogar darüber nachdenken, eine Waffe anzunehmen mit Blick auf das Pfefferspray. Jedenfalls handelt es sich um ein gefährliches Werkzeug. Unmittelbar angesetzt hat der A, Rechtswidrigkeit und Schuld liegen vor. § 240 tritt zurück. § 223 durch den Faustschlag ist erfüllt. Sogar der Versuch einer gefährlichen Körperverletzung durch das Sprühen mit dem Pfefferspray. Und wir haben einen Hausfriedensbruch, denn der B war ja nicht einverstanden, dass der A sein Zimmer betritt. Das Problem liegt bei § 244. Zunächst einmal haben wir eine Wegnahme einer fremden beweglichen Sache. Der A, der hat Gewahrsam neu begründet, jedenfalls mit Verlassen des Herrschaftsbereiches. Und er hat den Gewahrsam des B gebrochen, denn der B war ja nicht einverstanden mit der Aufhebung der tatsächlichen Sachherrschaft. Problematisch ist, hat denn der A ein gefährliches Werkzeug bei sich geführt mit Blick auf die Pfefferspraydose? Das ist umstritten, wann ein solches Merkmal erfüllt ist. Es gibt drei Ansichten. Die erste Ansicht bestimmt die Gefährlichkeit abstrakt-objektiv. Danach wäre Pfefferspray ein gefährliches Werkzeug. Die zweite Ansicht ist situationsbezogen. Zum Beispiel ein Handwerker mit einem Hammer, der erfüllt nicht gleich diese Voraussetzung. Und die dritte Ansicht ist die restriktivste. Die fördert einen Verwendungsvorbehalt ohne eine Verwendungsabsicht. Jetzt kann man viel überlegen, welche Ansicht die richtige ist. Es handelt sich um eines der am meisten umstrittenen Probleme im Strafrecht besonderer Teil. Man kann nicht die Definition von § 224 übertragen. Denn dort kommt es ja bei der Bestimmung des gefährlichen Werkzeugs darauf an, dass er dieses eingesetzt hat für die Körperverletzung. Hier müssen wir es anders bestimmen bei § 244. Ein subjektives Element dagegen könnte sprechen, dass in der Nummer 1b ja ein solches enthalten ist. Und man im Umkehrschluss sagen kann, deswegen nicht in der Nummer 1a. Wenn wir uns für eine abstrakt-objektive Bestimmung entscheiden, dann ist die zweite Frage, ob denn es schädlich ist, dass der A alleine im Zimmer war. Und da wird man sagen müssen, nein, es kommt allein auf die abstrakte Gefährlichkeit an. Die restlichen Tatbestandsmerkmale liegen vor. § 242 und § 246 treten wegen Gesetzeskonkurrenz zurück. § 255. § 255. § 255. § 355. § 255. Vielen Dank.